Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, wir sind in Wehlen, weil wir das verbesserte Wolfsstahlschwert suchen. Und dafür sind wir extra nach Krenfels gereist. Ich meine, wir haben zwar schon ein überlegenes Katzensilberschwert und Stahlschwert, wie auch immer. Genau, das könnten wir eigentlich auch mal aufrüsten. Haben wir überhaupt dafür das Schema? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Weil ich weiß, dass das Silberschwert hatte ich aufgewertet. Dann ist mir aufgefallen, oh fuck, das kann ich ja gar nicht benutzen. Und das Stahlschwert weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig. Fakt ist, wir springen erstmal hier rüber und hier drüber und hier drüber. Und dann steigen wir den Brunnen hinab. Wup, wup. Weil Brunnen awesome sind und irgendwie laden gerade Texturen nach. Okay. Jetzt sag nicht, ich soll das da oben untersuchen. Ach nee, komm schon. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, logisch sollte ich mich ein wenig umsehen. Wup, wup. Okay, vielleicht sollte ich mir eine Katze gönnen. Einen Moment, ich rüste mal eben um. So, oder ich trinke die einfach. So, zack. Ah, Venedig. Okidoki. Hier geht's runter. Wups. Wups. Hm. Oh, Truhen. Verbesserter Schneesturm. Verbessertes Wolfssilberschwert. Und da unten habe ich irgendwas blitzen sehen. Eine Kavalleriehose können wir uns bauen. Und ich glaube, ansonsten ist hier aber nichts, oder? Ah, wir versuchen es einfach nochmal auf der anderen Seite. Drei Minuten haben wir noch in der Katze. So, dann schauen wir mal hier nochmal lang. Ah, was ist denn heute los? Krieg andauernd Ruckler. Okay. Hm. Dann schwimmen wir mal schnell hoch. Und rüsten... Art aus. Können wir nicht ausrüsten? Na toll. Ja gut. Dann würde ich mal sagen... Geht's für uns zurück. Nach oben. Wüs? Ach so, ja. Ich habe ja meine Kinect noch angeschlossen. Aber guck mal. Die versteht mich wenigstens. Im Gegensatz zu diesen automatischen Google-Untertiteln. Wo kompletter Blödsinn rauskommt. Und... Kleiner Spoiler. Dazu werde ich bald mal ein Video machen. Und... Ja, das ist echt super. Also was da teilweise rauskommt... ist... Herrgott. Da kann man nichts gegen machen, ne? Wir können ja nochmal hier am Brett vorbeischauen. die Bestie von Ehrendorf. Die Bestie von Ehrendorf. Äh... Ehrendorf. Ehrendorf. Prost. Es geht rum. Woo! Für Rum und Ehren. Also Korn. Äh... Äh... Aber ganz ehrlich, ich bin eigentlich ziemlich froh darüber, dass man die Tränke nicht jedes Mal neu brauen müsste, weil... sonst müsste man sich ja so viel Zeug besorgen für die ganzen Schwalbentränke, die wir schon geschluckt haben. Das ist unglaublich. So, tausend Meter nach da. Kommen, wir gehen zur Plünderbrücke. Plünderbrücke hört sich nach Spaß an. Wuhu! Irgendjemand hat mir wieder geschrieben. Wer schreibt mir denn? So, gut. Hier vorne war auch noch irgendwo ein Fragezeichen. Das können wir vielleicht dann gleich noch mitentdecken. Auf einmal noch 27 Sekunden Katze. So, und so. Oh mein Gott, ist das awesome! Wuhu! Wir sind... der Schwertmeister schlechthin. Und wir machen halt lieber das Licht aus. Denn ihr wisst ja, Leute, beim Camping sollte man nie das Lagerfeuer unbeabsichtigt lassen. Ähm... Unbeabsichtigt lassen, meine ich natürlich. Das gilt auch für solche Feuerkörbe, die zwar sicherer sind, aber... Ne? Ihr wisst Bescheid. So, wir stecken mal unser Schwert weg. Und holen es direkt wieder raus. Und... Zack, zack, zack! Wuhu! Wuhu! Oh, ich liebe diesen Angriff. Das wird so lustig. Also kann ich mir richtig vorstellen, dass das lustig wird. Oh, cool, Fälle. Nehmen wir mit, stecken wir ein. Alles, kein Problem. Was jetzt, du Stück Dreck? Ja. Genau. Steck dein Schwert weg und kämpf mit den Fäusten. Wuhu! Das hat irgendwie Spaß gemacht. Muss ich schon dazu sagen. Also, keine Frage. Und ich habe gerade mein Bart ein wenig gestutzt und jetzt habe ich ein Kratzen am Hals. Ich hasse Stoppeln. Stoppeln sind so eklig. Da ist mir der Bart tatsächlich lieber. Achso, wir sollten davor dann auch mal eben gucken. Weil hier muss ja irgendwo so ein Symbol sein, dass wir... Ah, Leute, ich muss eben kratzen. Oh mein Gott, hat das gut getan. Ähm, ja, hier muss irgendwo ein Symbol sein. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Uh, Verbesserung der Stiefel. 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 Njong. Babadabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababara. Mir geht's gut. So, verbesserte Wolfstiefel. Schön, dass wir das geklärt hätten. Oh, guck mal, da vorne ist noch eine Kiste. Kiste. Überlegendes Geisteröl. Oh, nice. Me gusta, me gusta. So, da vorne geht's auch schon raus. So, dele. Mal drei Minuten haben wir noch auf unserem Anzeichen. Eigentlich immer gut zu wissen. Ertrunkener. Und noch ein Ertrunkener. Ich will die Erfahrung. Uhuhuhu. Okay, schnell reisen. Äh, gut. Ja. Jetzt, ja, ein Grinsel. Ähm. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ja, wie kommen wir denn da am besten hin? Von Alenas Heim und dann da rüber segeln. Ach, weißt du was? Wir schwimmen da einfach hin von der Reuseninsel aus. Weil wir's können. Oh, wir sind schon da. Ja, dann können wir ja direkt loslegen. Damit hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Ähm, warte mal. Wir schwimmen da tatsächlich nicht drüber. Ah, na toll. Es rechnet wieder. Natürlich. Wir sind in Wehlen und es rechnet. Hallöchen. So, so, komm schon. Ja, ja. Zieh dich da hoch. Wunderbar. Und, äh, das Boot. Und, bitte, steuern. Danke. Wuhu. Wir fahren ausnahmsweise mal rechts rum. So, gib mal Gummi hier. So muss das aussehen. Oh, warte. Wir sollten ein bisschen weiter links steuern. Da ist nämlich noch so ein kleiner Felspinöppel, der hier rausguckt. So, tada. Na, na, schau einer mal an. Nur noch 250 Meter. Dann sind wir schon beim nächsten Ausrüstungspunkt. So, nicht zu knapp die Kurve fahren. Okay, das klingt doch noch ein Plan davor, ne? Wunderbar. Oh, guck mal, das hat sogar geklappt. Oh mein Gott. Damit hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Okay, komm, dann springen wir da mal ins Wasser. Wieso kann ich das nicht tun? Das verstehe ich nicht. Wuhu. Guten Tag, der Herr. Eine versunkene Truhe. So, so. So, und jetzt finden wir wieder hier 10.000 Schatz suchen Dinger. Ah, guck mal, wie wär's mit der versunkenen Truhe. Hm. Na gut. Oh. Woher kommt ihr denn jetzt auf einmal, alle? Oh, well. Let's escalate it quickly. Okay, Moment, wir müssen nach hier vorne. Oh, Luftanhalt. Uh, Diamantstab. Oh, da vorne seh ich noch was. Da vorne seh ich noch viel. Deswegen, kurz auftauchen. Luft schnappen. Und ab geht's nach unten wieder. Da haben wir die verbesserte Wolfsrüstung. Und da haben wir... Wuhu. Noch ein bisschen mehr. Und... Na, komm schon. Zieh dich hoch. Wunderbar. Und zack. Gut. Dann schauen wir doch mal auf unsere Quests, was wir als nächstes haben. Schatz suchen... Warte, war das Schatz suchen? Aha. Teil 5 der Verbesserung der Wolfsschulenausrüstung. Okay. Lies den Brief an Ingeborger. Hm. Ah ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, wir wählen den mal aus. Das ist eine Stufe 34 Quest. Das wiederum bedeutet, wir sollten es nicht allzu leicht haben. Aber... Das mag ja nicht mal schlecht sein. So, was haben wir hier? Kleiner Dotzbock Runenstein. Äh, Devena. Zoria. Und Veles. Okay. Hm. Da haben wir ein bisschen Schnaps und Wasserflaschen. Und hast du nicht gesehen. Die lesen wir uns natürlich durch. Wir lesen uns natürlich alles durch. Hm. So, so. Okay. Da haben wir noch was. Okay. Und rückwärts. 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 Alles klar. Mir geht's gut. Alles wunderbar. Alles wunderbar. Wir haben unsere Quests aktualisiert. Und Segel gesetzt, um weitere Teile der Wolfschulen Ausrüstung zu finden. Und der erste wiederum heißt für uns, wir setzen Segel. Nein, die haben wir bereits gesetzt. Nein, wir beeilen uns natürlich. Wir haben zwar nur noch anderthalb Minuten. Aber in der Zeit können wir ja schon mal 500 Meter schaffen. Und ich glaube, ich werde dann einfach auch vorspulen, in Anführungsstrichen. Also Richtung Ausrüstungsplatz gehen, wo wir das Rätsel oder wo wir die Ausrüstung finden können. Und werde dann davor einfach anhalten. Und ich meine, ja, sollte jetzt eigentlich nicht so viel passieren auf dem Weg dahin. Außer, dass wir jetzt total von irgendetwas komplett überrascht werden und betötet werden bis zum Gehtnichtmehr. Aber, pfff, ich glaube, nein. Einfach nein. So. Ich meine, wir sind Level 31. Wir haben eine ziemlich gute Ausrüstung, beziehungsweise wir haben sogar ein Set zusammen. Beziehungsweise ein Set-Bonus. Und, ähm, das ist, glaube ich, schon viel wert, sagen wir es mal so. Ob wir jetzt natürlich bei der Katzenausrüstung bleiben oder ob wir vielleicht eine mittlere Rüstung anlegen, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wir werden natürlich alles mal ausprobieren. Nur ich glaube, die Katzenrüstung, äh, die passt einfach sehr, sehr gut zu meinem Spielstil. Also, weiß ich nicht. Ich habe festgestellt, ich brauche viel Ausdauer. Zum Ausweichen, Rollen, für Quen, zwischendurch und so weiter und so fort. Also, ich glaube, das ist tatsächlich für mich persönlich die beste Wahl. Hm. Ähm. Ja, aber wisst ihr was, Leute? Ich mache mich jetzt nochmal den restlichen Kilometer auf den Weg. Wir sehen uns am Ankunftsort. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch eine Bewertung unter oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich sage einfach mal, bis dahin. Macht's gut. Haut rein. .